Guten Tag, ich hätte gerne eine Armbanduhr, bitte. Das trifft sich gut. Ich bin nämlich Uhrmacher. Wie viel wollen Sie denn anlegen? Erst mal eine. Na, dann legen Sie mal diese an. Die habe ich nämlich selbst gemacht. Mhm, ja, die gefällt mir schon ganz gut. Aber wieso ist denn da zweimal die 8 drauf? Naja, ich muss morgens um 9 Uhr aufstehen. So kann ich eine Stunde länger lieben bleiben. Ach so, verstehe. Und wieso fehlt die 2? Von 1 bis 3 ist Mittagspause. Da schaue ich eh nicht auf die Uhr. Aha, aber schauen Sie, die 6 und die 7 ist ja überhaupt nicht drauf. Naja, um 5 ist Feierabend. Danach habe ich keine Zeit. Ah, ich weiß nicht. Haben Sie denn nichts anderes? Tja, nur diese Standuhr. Aber da fehlt das Armband. Gut, dann nehme ich diese hier. Hat die auch ein Datum? Ja, sehr verständlich. Ein Haltbarkeitsdatum. Schauen Sie mal auf die Rückseite. Moment, hier steht 15.11.1995. Oh Gott, dann ist meine Uhr abgelaufen. Ich befinde mich hier im Wohnzimmer von Herrn Herbert Görgens. Immer mehr Bundesbürger fragen sich, wie sie ihr Angespartes auf die beste Art und Weise vermehren können. Unser umtriebiger Frührentner und Visionär Herbert Görgens hat diese Tendenz erkannt und versucht sich nun als Vermögensberat. Jo, Doro! Von mir aus hier! An alle Geräte zu Hause! Hallo! Und natürlich auch an die Ilse von Sparmann, die immer meine Sparstrümpfe stopfen tut. Gut, Herr Görgens. Vielleicht können wir an dieser Stelle... Und natürlich auch an die Grüße an mein Nachbarn Heinz auch, der immer tolle Sparwitze erzählt. Gut, Herr Görgens, das reicht auch. Zum Beispiel, warum fährt der Heinz immer zum Zahnarzt nach Schweden? Sehr schön, Herr Görgens. Weil da die Krone weniger kostet als eine Mark. Ja! Gut, vielleicht können wir dann doch zum Thema zurückkommen. Was würden Sie mir denn als Durchschnittsverdiener raten, um mein Kapital zu erhöhen? Ja, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, junger Mann. Zum Beispiel? Gut und schlechte Wohlgemerkt. Oft genutzt, aber nicht empfehlenswert ist zum Beispiel diese hier. Was ist das? Das ist ein... Was soll das sein? Das ist ein Buch, bei dem die Seiten fehlen, hm? Ja, das ist auch ein Sparbuch. Da wurden die Seiten gespart. Oh, klar. Das ist aber ausgeschmissenes Geld. So was sollten Sie auf gar keinen Fall investieren, junger Mann. Sehr schön. Gut, Herr Görgens, aber jetzt mal im Ernstspaß beiseite. Haben Sie denn nicht doch einen Vorschlag, was ich mit meinem Geld machen kann? Ja, den hab ich wohl. Muss ich zeigen, soll ich? Ja, nun bitte. Ja, dann müssen wir erst etwa von Ihrem Geld geben. Haben Sie vielleicht mal 100 Mark? 100 Mark brauchen Sie von mir? Ja. Kein Problem. Dann 100 Mark. Moment. Bitte schön. Dankeschön. Gut, und jetzt? Und jetzt haben Sie vielleicht nochmal zweimal 100 Mark. Gut, also 200 Mark. Warte schon, junger Mann. Da muss ja alles drüber wie die Katz gehen. Hey, 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 ist ja gut, gut, gut. Sehen Sie mal. So, sehr schön. Und jetzt? Ah. Was? Was? Ja. Was? Alles in der Welt machen Sie denn da jetzt, Herr Görgens? Na, ist doch ganz klar. Ja, ich lege Ihr Geld an. Ja, 100er an den Nächsten. Und schauen Sie, dass wir ein 100 Mark, 300 Mark geworden. So schnell kann doch gehen. Da wundern Sie sich, was? Herr Gangs, es ist vielleicht so witzig, was Sie hier machen, aber meine Geduld, muss ich Ihnen sagen. Ah, ich kann auch für Sie 1A Aktien zeichnen, junger Mann. Ja, Mann. Ja, pass auf. So kann man Aktien zeichnen. Oh Gott. Ja, sehr schön. Wissen Sie, was ich mit Ihrer Aktien mache? Das hier. Es reicht mir. Jetzt haben Sie die Aktie überzeichnet. Oh Gott, nein, jetzt. Dann sind Sie. Danke. Sie gehen wirklich zu weiter, Herr Görgens. Ja, ich würde jetzt... Aber ich habe auch noch was ganz Tolles für Sie. Was haben Sie jetzt noch? Pass auf. Hier und hier. Was ist das? Das ist ein Aktien-Fondue. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Nein, zurück zur Wochenschau. Aber unten nicht. In der Werbung, meine Damen und Herren, trifft man auf immer verrücktere Artikel. So würde jüngst ein Shampoo beworben, das man speziell für Sektenanhänger entwickelt hat. Man wäscht sich damit die Haare. Krishna. Unsere Werbung ist wie gewohnt bodenständig. Abendfriede bei McDaniels. Holen Sie sich die Seniorentüte. Einfach köstlich und günstig. Ideal bei kleiner Rente. In der McDaniels Seniorentüte enthalten ein kunstvoll vorgekauter Mac-Lebensabend mit lecker panierten Pommes frites. Genau das Richtige, um den ganzen Tag drauf herumzulutschen. Dazu ein erfrischendes Getränk. Ganz nach Ihrem Geschmack und Sichtum. Und als kleine Aufmerksamkeit gibt es jetzt noch in jeder Seniorentüte etwas zum Sammeln. Diese formschönen Urnen für Ihre sterblichen Überreste. Seniorenwochen bei McDaniels. McDaniels is the time to last time.